ein neuer morgen im paradies herzlich willkommen zu teil 7 und life is strange 2 wir sind in beaver creek bei unseren großeltern und chillen hier noch so ein bisschen wett und auch immer wenn ich diese figur da sehe muss ich daran denken dass ich unseren kleinen bruder daniel komplett versaut habe weil er jetzt ein dieb ist denn er ist bei den nachbarn das könnte ein problem sein in einer alternative bei mir der gedanke zu spät kam hätte ich auch gerne mal guckt was passiert wenn ich jetzt nicht so ganz krass bekleidet durch auslaufe was dann gesagt wird unten bei den reynolds okay time to get daniel at the ericons claire steven anybody home wir sind alleine okay niemand hat sich hier irgendwo versteckt home alone ja kevin home alone sunday morning claren steven must be a church ja church okay okay well i guess they won't be back for at least two hours maybe i could use stevens laptop nein it's been ages since i've had news from the real world gehen wir nicht normalerweise immer hinten raus hier sehen uns doch die nachbarn wuuh ich meine da ist ja ein loch im zaun das sieht man auch okay let's get this back back home now okay keiner da 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 schnell schnell weg lauf lauf niemand darf dich sehen oh oh and i thought daniel was the crafty one also manche von euch haben sich die fantastischen abenteuer von captain spirit angeguckt und kennen das ganze terrain hier ja oh god oh mein gott wow that's a lot of beer wer mehr infos dazu haben möchte schaut sich einfach meine zusammenfassung an von dem spiel und nochmal ganz kurz hier ein bisschen werbung die fantastischen abenteuer von captain spirit könnt ihr kostenlos auf steam herunterladen und selber spielen genauso wie die erste episode von life is strange 2 warum sehen seine augen so aus er ist ein eismagier ich wusste es okay wir treten hmm daniel what's going on here sean wait don't freak out i can't explain let me tell him sean i know it sounds crazy but i have a super power you saw me yesterday i know you did i was flying i can move things objects with my mind oh super power really yes ja das ist echt cool well that's pretty cool chris so you're like a superhero i'm captain spirit i can bend any matter to my will but that's my secret identity so you can't tell anybody oh i can keep a secret captain spirit now you're an official member of the spirit squad if you betray us i'll disintegrate you oh nah just kidding oh yeah we need a team signal totally i'm gonna be super wolf what's your super name sean silver runner brauche ich nicht kann ich ein schurke sein professor diaz ich wette da rasten die aus das hört sich irgendwie sehr langweilig an warum silver runner wie kommt er darauf ich will wissen was er sagt wenn ich das nehme how about how about the silver runner cool cool right hmm not bad that's true you're a great runner okay guys i think we're ready to roll uh excuse me who are you i'm sean oh yeah sorry man you're here for daniel hey let's make it official i'm charles erickson nice to meet you hope you know that daniel and chris are a dangerous team we better watch out or they're gonna take over the world yeah they share a lot of things as thick as thieves can we go get the christmas tree now we're both ready to fly yes 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 the team has been waiting too long hey you should come along too there's nothing going on over here yes can't wait to see all the decorations and sean we could buy christmas presents for grandma and grandpa hmm um okay sure i'll go with you guys really yeah yeah i just wish chris and daniel were excited about going okay team uh give me a time out to clean up the back seat i'll honk when i'm done oh uh can i use the bathroom of course oh you'll see my comic books i'm glad you're coming too hey you want to see my toys oh score the new hot dog man since you're a new member of the team you have to know everybody these are captain spirit's friends and his enemies dude that's pretty cool can you guess who are the good guys and the villains let's see ganz kurz bevor wir jetzt hier weitermachen und ich kenne übrigens alle weil ich die fantastischen abenteuer von captain spirit gespielt habe davor ähm wegen den großeltern man könnte auch einfach einen zettel schreiben zettel schreiben und den hinlegen dann wüssten wir dass wir weg sind und die frage wir sollen uns hier verstecken vor der polizei und der öffentlichkeit bad guys the good guys not that easy right wir sollen uns verstecken und jetzt machen wir einen kleinen ausflug das ist halt auch irgendwie so komisch so der sieht zwar ultra schurkig aus aber das ist irgendein Waldelfen superkrieger der zu den guten gehört das ist ein böser natürlich ist der dino gut power bear das sind die bösen und ein held interesting interesting okay how did i do you're good you guessed all right you deserve a little reward it's an interstellar traveler i gave the other one to daniel wow thanks greece that's awesome after all you're part of the team now okay let me introduce them to you this is team spirit the good guys there's the forest warrior power bear more t-rex and sky pirate so who are the bad guys that's not terrius and the shark stinger there's also snowmancer but he's out in the garden captain spirit kinda took care of him he might need a little surgery now but they're all working for mantroid who is the real super villain you should see his evil planet why doesn't captain spirit stop him he tried but failed that's why he needs super wolf you know daniel to prevent mantroid from hurting other people yeah strength in numbers sounds like mantroid is in trouble just wait until he sees what captain spirit can do now yeah about that uh uh ganz 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 kurz uh der eine gute Bär mit der Augenklappe der hieß Luftpirat und ich wette dass die Hersteller von diesem Spiel die Bücher von Twig toll fanden und ganz kurz falls ihr es noch nicht kanntet weil da gibt es mich Luftpiraten das ist voll geil es gibt einen YouTuber der heißt Dr. Nick zusammengeschrieben der macht unglaublich geile Hörbücher ich kenne ihn nicht persönlich sondern ich finde es einfach nur schön was er macht und wollte kurz sagen der hat massenhaft Hörbücher hergestellt und auch den Twig und das ist mega geil also wenn ihr mal irgendwie nachts einschlafen wollt mit so etwas das ist echt schön nur so als Info kein Vater dein Vater weiß es und keine Angst gehe davon aus dass er das nicht seinem Vater gesagt hat aber ich frage nochmal nach ähm does your dad know about any of this did he see something yesterday no he didn't see anything and the power didn't work yesterday after I fell I must have been too tired okay good I mean he could be pretty disturbed if he knew I'm definitely not telling dad I don't wanna freak him out he's worried about other stuff anyway ich würde ihn jetzt so gerne fragen ob er nur für mich kurz etwas fliegen lassen kann und dann wird er verstehen was los ist weiß nicht soll ich ihn drauf ansprechen nee ich sag einfach das Baumhaus ist cool es gab übrigens richtig krasse Bomber mit zweiten Weltkrieg von den USA die Flying Fortress season nebenbei ja es muss repariert werden well the Flying Fortress needs fixing yeah that sucks dad couldn't fix it yesterday he was not feeling well he told me he'll do it when we're back from the market soll ich fragen ah ich will ihm nicht auf die Füße treten also einfach dass es zu privat ist aber ich ich frag mal vielleicht und vielleicht sagt er ja irgendwas Chris it's none of my business but did something happen between you and your dad yesterday what do you mean I don't know Claire seems to be worried about you guys dad just gets carried away sometimes when he drinks too much but but we're cool no worries he's just he has a hard time being on his own that's all chris chris i know life can get pretty tough trust me but you'll be okay you're an awesome kid thanks sean but i don't feel scared anymore i have the power and i have daniel there's the signal come on daniel hey pro tip don't go in there okay squad let's roll that's mess around dass die einfach auf der rückfläche fahren die waran habe ich sauber gemacht letztens man kann übrigens chris selber spielen und das ist total cool weil man dann alles weiß über ihn und dann hat man die ganzen hintergrund information die man jetzt verwenden kann so auf zum weihnachtsmarkt wir brauchen einen hübschen baum also nicht wir persönlich aber chris und sein vater und wir werden ihn finden den besten baum der welt oh god das ist viel zu gefährlich man sieht uns man wird uns erkennen die leute die müssen uns einfach erkennen das ist eigentlich ultimativ unverantwortlich aber wir können beaver creek mal sehen das sieht einfach alles so glaubhaft aus man kann sich wirklich vorstellen dass beaver creek genau so wie es da ist existiert okay buddy you ready yeah hey you guys go ahead and we'll come back to meet you okay brothers meeting sure don't get lost dude what the fuck are you doing i can't believe it how many times do we have to keep going over the rules don't show the power oh god bloß nicht chris anlügen warum ähm es wird der moment kommen es wird irgendwann sein das was geschieht also ich hab's ja gerade schon gesagt alleine schon dass dass der dass der chris vielleicht einfach ein spielzeug versucht hätte direkt vor mir anzuheben und das hätte ohne daniel daneben nicht geklappt also so dumm kann man einfach nicht sein das fällt doch auf und ich verstehe dass die regeln ja irgendwo einen sinn haben aber ich glaub der chris ist so ein netter der würde das nicht verraten also nicht anlügen ich weiß man aber du kannst lief zu Freunde über etwas wie das er könnte in trouble denken er kann machen fliehen oder er kann get get So you want me to tell him the truth? Well, I don't want you to lie anymore. You don't have to tell him everything. But don't let him think he has magic powers, okay? You swear? Okay. I swear. Oh geil. Es klappt. I'm counting on you and I know. Can I go see Chris now? Yeah, let's go. But don't forget what I said. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was passieren wird. Wow. So many trees. Ugh. They look like giant cocoons. Creepy. Hmm. I bet Dad didn't know about this. Ich möchte eigentlich auch gar nicht mit irgendwelchen Menschen reden, weil ich schreckliche Angst habe. Dass mich jemand erkennt. Sie kommen, Sean? Don't worry. I'll be around. Hey, what's up? Uh, nothing. I'll tell you later. So, what do we do? We have to pick the one we like. Can Daniel help Dad? Of course he can. Awesome. Come on. No time to lose. Okay. Just pick the one you like and come get me. Deal? Deal. I've never been on such a dangerous mission. Yeah. These wild trees are just waiting to eat us. We'll have the tame the one we want. Okay. Okay. Die Wegfindung sieht extrem lustig aus. Ja, das sind die super Kräfte. What about this one? Too thin. You're right. We have a strong tree to protect our face from evil elves. Chris. Okay. Better find a gate for Daniel quick. While he's still busy with Chris. Oh, nein, Chris. Er steckt fest. Komm. Ich schieb dich. Los. Komm. Ich befreie dich. Da. Da. Oh, nein. Falsche Richtung. Chris. Hey. Bitte jetzt kein falsches Bild von diesem Spiel. Komm. Es ist ein wunderschönes Spiel. Chris findet Daniel schon. Keine Sorge. Ah. Komm. Take a look. Good. Tell me if you need anything. Okay? Sure. I'm fine for now. Got all the supplies in my truck, so don't worry. Das ist das Pendant zu den Bären. Oh, man. Was wäre denn ein schönes Geschenk? Funny how all small towns always sell the same handcrafted crap. Hm. Das ultimative Geschenk. Nein. Wie viel Geld habe ich wohl? Neun Dollar. Hm. 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 Is that a yo-yo? Daniel had one back home. Betty loved this. Nein, nicht clown. Das sieht man bestimmt. Das ist hier so offensichtlich alles. Oh. Woah. Woah. The guy who paid you that. Must have been seriously high. Oh. Ich habe nicht so viel Geld. Nein. She looks so out of place here. Cool. Zuhören? Nee, nee, nee. Das ist bestimmt wieder irgendeine nicht-lizenzfreie Musik und dann habe ich ein Problem. Und hast du Daniel gefunden, Chris? Pflegespray. Das ist das ultimative Geschenk. Oh Mann, ey. Die wollen, dass ich diesem Jojo gehe und das klaue, oder? Die wollen das einfach. Mann. Wohnwagen? Kann ich da rüber gehen? Ja. Also. Ich will nicht so einen Schrott kaufen. Da kann man noch ein paar Kekse holen. Nee, nee, nee. Ja, dann. Oh Mann, da steht ein Typ. Gott. Wir sind nicht da. Na-na, na-na, na-na. Schönes Wetter. Na-na, 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 na-na. Wait. 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 Ah! Oh! Hm. Jetzt schon. Abgefahren. Gefährlich. Ich bin jetzt mal nett und sag, das ist voll cool. Das klingt verrückt. Du hast keine Ahnung. Es ist frei und so fucking Spaß. Well, unless du get caught oder fall, aber wir haben heute Glück. Das ist das Beste. Niemand sagt uns was zu tun. Keine Firma hat uns. Und du hast so viele coolen Pläste. Genau. Der nächste Mal ist Humboldt County, California. Ha. Stoner break. Not even close. We actually got work over there. Sean. What are you doing? We've hit the tree with Chris. It's all crooked like an old witch. Oh. Hi. Who are you? Oh. Your hair looks so cool. Is it a wig? Well. What do you think? Hmm. I don't know, but it's really cool. I'm Daniel. What's your name? Hi, Daniel. I'm Cassidy. I dig your superhero outfit. I'm on a secret mission with my friend. It's very dangerous. I can tell. I hope you get your mission accomplished. And what's your name? Oh. Uh. Sean. I... I thought I told you. No, you did. Sorry. You went through some shit with the guys. How much you make? You ready? Hello, pups. Oh. Is that your doggy? So cool. Yeah, he's been through a lot. Like most of us. So we adopted him. And he stinks. Yeah, you stink and you like it, huh? He's not the only one. Have you checked your hair? I think it just twitched. You should keep your distance, dude. Yeah. Sie sieht voll cool aus. Also. Unkonventionelle Haare. She looks really cool. I think. See? He knows I'm clean. You're the nasty one. Yeah. You always go for those suburban boys. Are you kidding? You wanna talk about your scoreboard hotshot? Hey. No worries. Come on. Let's bail. It was nice meeting you, Sean and Daniel. Stay out of trouble, kids. Hope we see you on the rails someday. Yeah. See you around. That doggy was so cute. I miss Mushroom. I miss her too. Hey, excuse me. Dogs have to be on a leash around here. Too many strays. Sorry, dude. We don't do leashes. Well, the city does. An unleashed dog is liable to a fine. So... You're gonna fine our dog? Well, that's not very nice. Loitering is illegal too. And you don't live here, right? Right? Calm down, sweetie. We're allowed to visit the Christmas market. Our dog's not gonna eat you. Look at him. You better watch your mouth. You punks are always causing trouble. This is a nice town, okay? Geez. Someone needs to get laid. He's out of pills. That's it. I'm calling the cops. Oh, God. He's gonna call the cops on us, Finn. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa, for Christ's sake. Merry Christmas. Fucking parasites. What? Why did they fight? I don't get why he yelled like that. We should kick his ass, Sean. Oh, no. But... Ugh. He had it so earned. But I hope we're not flying. Oh, God. That would be a catastrophe. I want to know, what's going on. But I'm scared. I'm scared. See the snow on that booth? Yeah. What about it? Maybe this guy needs a shower. You know? To cool him down. You're right. Hold on. Careful. Careful. This will teach them. Nice. Come on. They're pretty. Es ist nichts passiert. So cool. How do I let, Sean? Ridiculous. Aw, you're jealous because I'm cute. You're lost. Hm. Oh. I miss my old toys. Können wir jetzt bitte gehen? Wo sind die beiden? Seems like Charles is waiting for us. We should get going. Daniel? Daniel? Tom. Tom. Okay. Hey, you guys ready to go? Yeah. All done. Cool. Hop in. Are you having too much fun back there? Yeah. And now. No, you're ready to go. No, you're ready to go. Aber man kann ja auch nicht auswählen Hey, ich hab keine Lust raus zu gehen Man muss es ja einfach tun So scheißegal, dass man sich die ganze Zeit versteckt hat Nein, total, interessiert ja eh keinen Ja, ja Wahrscheinlich sind unsere Großeltern jetzt auch schon wieder zurück Und es gibt gleich Anschiss Wer? Wohin soll dieses Gespräch führen? Sie war cool You two quick Ah, got ya It's good for me to get out too We've had a rough time over the past couple of years My wife Emily She died two years ago Obviously It was tough on Chris Shit Kann man offen mit ihm reden? Oh Gott Eigentlich heißt das ja auch nicht so viel Wenn ich jetzt nur sage Gibt's denn Probleme? Ich meine, Single Eltern haben ja wahrscheinlich viele Probleme Und auch mit dem Geld und so weiter Das ist doch hoffentlich nicht zu offensive, oder? Oder soll ich einfach sagen Sie tun ihr Bestes? Gott Ich will nicht ein Affront auslösen Aber ich will wissen, ob er reagiert auf sowas Oh Gott Oh Gott Ich könnte jetzt einfach sagen Kein Dinge Und komm, wir steigen aus dem Auto aus Oder ich könnte sagen Hey, dein Sohn hat mir erzählt Dass du voll der Alkoholiker bist Ich will nicht, dass er seinen Sohn verprügelt danach Ich will wissen, was passiert Oh Gott Oh Gott Reißen sie sich zusammen Das ist natürlich so voll der Spruch Das hilft ihnen natürlich Mega Sie sollten sich Hilfe suchen Vielleicht Du solltest etwas Hilfe bekommen Du solltest nicht das alleine Shit Vielleicht bist du richtig Seine Großeltern Meine Frau Die Familie Die Familie Die Familie Die Familie Sie Die Familie Die Familie Die Familie Die Familie Die Familie Ich habe nicht Ich habe Vielleicht Ich könnte Send ihn weg für ein bisschen Zeit Ich werde Zeit um mein Ich weiß, dass ich besser mache. Ich kann ihn gut machen. Ja. Ich weiß, dass ich besser mache. Ich kann nicht den Schmerz definieren, wer ich bin. Jeder muss ein paar Sachen durchführen. Aber sie sind immer da für uns. Für Chris. Sie seien als gute Leute. Gott. Oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist einfach das härteste Gespräch überhaupt. Also einfach, weil überall Fettnäpfchen sind. Man kann ständig irgendwas falsch sagen. Und das ist so hart alles. Oh. Vielleicht erzähle ich jetzt einfach was über unsere Mutter. Damit er einfach sehen kann, hey, bei uns ist auch nicht alles so paradiesisch. Ja. Ja, mein... Ich versuche mein Bestes, um ein besserer Vater für Chris zu sein. Oh, Gänsehaut. Gänsehaut. Hey, buddy. Willst du den Weihnachtsmuskart? Ja. Well, I'll get there before you with my dadmobile. Heh. No way you can be Captain Spirit. See you later, Super Wolf. Oh. Hello? Oh. Claire? Noch keiner da? Steven? Looks like Grandma and Grandpa haven't come back from church yet. Well... At least they won't yell at us for going out. That was so cool to spend time with Chris at the market. So... Did you set things straight with him? Told him the truth? Yeah, yeah. I did. Did you know Chris's mom was an artist? I... Didn't. How so? She drew comics. You should see our drawings. They're so cool. Just like yours. Thanks, dude. Hey. Uh... What? What is it? Sean? I wanna go check on the room. Upstairs. I know it's moms. Please. Sie werden auf jeden Fall ausflippen. Daniel, you heard Claire. They will freak out if they know we want inside. We won't tell them. We'll be in total stealth mode. They won't know anything if we make it quick. It's just... I really wanna know what's inside. What kind of stuff she had. Chris has tons of things that belong to his mom. And I have nothing. Come on, Sean. You don't even have to come with me. If you don't want to. Fuck it. I'll come with you. So you don't make a mess that can get us caught. Das wird eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Und ich konnte mich gar nicht entscheiden. Das führt einfach hundertprozentig jetzt dahin. Das ist einfach sehr viel. Wir finden einen Weg zu öffnen. Oder ich kann nur die Tür zu öffnen. Das sieht super einfach. Ja. Ich kann das mit einem Hammer. Aber wir versuchen, die Schlüssel zu finden. Okay? Aha. Eine alte Kiste. Ich glaube nicht, dass da was dabei ist. Ich glaube nicht, dass da was dabei ist. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Diese Bilder. Ja. Ja. Ja, Dad. Komm schon, kleine Schlüssel. Don't be shy. Definitiv nicht der. Sehr zu klein. Aber... Mal sehen, was er öffnet. So. Mit dem Schlüssel... öffnen wir die Schublade. Woah. Ich schaue nur eine Schlüssel. Nicht die Krone, Jules. Hmm. Eww. Eww. Sind die? Hmm. Die Zähne? Hmm. Ich weiß nicht ob es gross oder schön war. Aber trotzdem. Keine Schlüssel. Okay, Steven. Wo hast du diese Schlüssel? Ann A. Nicht viel zu sehen. hier. Sean, ich habe die Frau in die Runde gestorben. Sie sahen, dass sie etwas da ist. Aber dann hat sie die Tür geschlossen. Sie sehen, wo sie die Schlüssel gelegt hat? Ich glaube, sie hat etwas in ihr Pocken gelegt. Ja, natürlich. Daniel, Sie denken, Sie denken, dass Sie diese Tür öffnen können, ohne zu viel Schmerz zu machen? Ja, ich weiß, dass ich es kann. Ey, nein. Hundertprozentig. Es muss einfach nicht sein. Vielleicht da drin versteckt. Wir können das einfach nicht tun. Komm, komm, im Schrank. Oh nein. Oh nein. Nein. Äh. Muss ich jetzt noch einmal schauen? Vielleicht habe ich irgendetwas versehen? Da ist einfach nichts drin. Aber vielleicht müssen wir das. alles anklicken. Hm. Hm. Komm, nochmal, oder? Vielleicht ist das so wie bei den Kondomen gewesen damals in unserem Zimmer. Dass da etwas obendrauf lag und wenn man das anklickt, dann liegt was da drunter. Ja. 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 Das ist doch Mist. Ja. 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 Ich würde nicht zu zweit reingehen. Das ist wahrscheinlich in diesen Boxen. Was denkst du, dass alles in meinem Raum passiert? Ich bin sicher, dass alles noch da ist. Okay. 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 Hm. Mhm. Mhm, 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 mhm. Eine Truhe. Okay. 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 Ich möchte hier raus. Ich hab Angst. Ja. Hm. Hm. Okay, ich wette, wir sollen das hier anmachen. Hm. Noch irgendwas, was wir anklicken müssen. Ich habe meine Skateboard. Und gehe in den Park. Mit Lila. Hm. Sie hat dich mit ihr, wenn sie auf die Reise ging? Ich weiß, dass meine Mutter so sehr liebt hat. Sie sahen glücklich. Wie kann sie das alles in Höhe bringen? Oh. Gibt's hier jetzt noch ein Geheimversteck? Gibt's hier jetzt noch ein Geheimversteck? Ja. Es war nicht so eine Sache damals. Mhm. Ausschalten. Das ist wichtig. Ah, ha, ha, ha. Ja. So. Nicht-lizenzfreie Musik. Ah, ja. Was? Okay, wir haben ein Souvenir. Das müsste jetzt aber wieder ausgesteckt werden eigentlich. Warum steht da immer noch Überprüfen? Wir haben doch alles überprüft. Ich verstehe jetzt nicht. Wie kommen wir hier jemals wieder raus? Nein. Sie wollen vergessen, was alles zu Karen verletzt hat. Hm. Ich kann es verletzen. Mhm. Mhm, 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 mhm. Da muss noch irgendwas mit der... Ich meine, sonst würde er nicht überprüfen stehen. Da muss noch irgendwas sein. Das macht keinen Sinn. Ich habe alles angeklickt. Ist hier noch irgendein Geheimnis. Nochmal einschalten. Ausschalten. Hallo. Geheimnis. Offenbare dich. Brief. Uff. Das einzige Ding, was wir hier noch nicht angeguckt haben. Warum würde Claire locken diese hier? Was das für Mom? Huh? Let me see... Komm schon. Was es sagt? Read es. Seriously, stop. Hier. Wie ist das? Was? Ich habe gehört die News über Seattle. Bitte helfen meine Kinder, wenn sie kommen zu Ihnen kommen. Was? Warum haben sie das von uns? Ich weiß nicht. Du kannst mich auf diese address. Es ist ein... P.O. Box. Ich benutze manchmal. Was ist ein P.O. Box? Was ist ein P.O. Box? Ja. Ich bin ein P.O. Box. Hilfe meine Kinder. Ja, genau. Total blöder. Was bedeutet das? Sie interessiert uns über uns? Vielleicht hat sie... Sie hat ihre Meinung verändert. Wir können sie versuchen zu kontaktieren. Du kannst sie nicht selbst wissen, okay? Du kannst nicht deine Gedanken falsch machen. Wir sollten einfach... Wir sollten uns auf unsere Planung... ... für jetzt. Kann ich es wieder lesen? Ja. Wir müssen gehen. Oh mein Gott. Oh, verdammt. Entschuldigung, was machst du hier beide? Außer visibel. Rensacken unser Haus, während wir in der Kirche sind. Ist das alles, was du sagst? Es ist klar, bitte. Nein, Steven. Sie gingen hier weit weg. Wir haben dir speziell gesagt, Sie haben gesagt, dass du weg bist. Ich habe das Recht zu sehen. Das ist nicht ihr Haus mehr. Es gibt nichts zu sehen hier. Es ist Zeit, dass du lernen, zu spezieren einige Regeln. Uh... Wir haben etwas gefunden. Ja. Wir haben eine neue Texte für meine Mutter. Sie hat gesagt, sie will uns sehen. Aber... Sie hat sogar noch nicht gesagt. Sie ist nicht meine Mutter mehr. Oder Ihre Mutter. Sie hat alle diese Brüder gebeten. Eine Texte nicht verändern, was sie für mich getan hat. Wir alle. Sie ist nicht zurückgekommen. Sie sind zurückgekommen. Www. Sie sind nicht zurückgekommen. Sie sind doch gut für mich. Aber ich weiß sie besser als jemanden. Sie hat sich nicht verändern. Sie hat sich nur schuld. Ich kann das nicht hören. Oh Gott. Ich weiß, Shawn, ich weiß, dass Leben auf dich auf den letzten Monat war. Und wir haben viele Dinge geschehen. Aber das, durch unsere Sachen, unsere persönliche Anliegenheit... Das zeigt, dass du uns nicht weißt. Wir können in die Nähe, um dich zu helfen. Das ist wie wir uns wiederholfen? Dinge werden sich hier einfach verändern, wenn du willst. Ich glaube, ich sehe, warum Mom left. Sie können nicht mehr mit deinen schulden Regeln. Oh, das ist das, was du denkst? Dann lass ich dir etwas erzählen. Steven! Ah... Oh, shit! Get this goddamn thing off me! Steven, no! Hold on, honey, we'll get it off! Stop! Stop! My legs! Oh, man. Oh, meine! Doe es, Daniel! Now! Doe what? What's going on? Oh, Lord! What? What are you doing, Daniel? Oh, my baby, Stephen, are you okay? Now I am. Thanks to Daniel. You were right, Claire. I should have fixed that cupboard months ago. I guess my laziness will get me someday. What in the name of God was that all about? That's impossible. What are you, Daniel? Oh. Listen, they saved me, Claire. That's all that matters. Maybe it was a miracle. Thank you, Lord. Oh. It's the sheriff. Stephen? Claire? Sean, I didn't. We didn't call them. I know, Grandma. I don't want to call us. We know they've been here. They were spotted at the East Christmas Market earlier today. Sean. Weihnachtsmarkt. What are we gonna do? Go hide in the garage. No. No. No way. If the police are just the house, that makes the two of you accomplices. Get your bags and go out the back door. I'll distract him. Really? Yes. No. Get the hell out of here. I know you're in here. Your car is in the driveway. I'm so sorry for everything. I wish we could have helped you more. I wish you could stay here with us. Watch out for your brother, Sean. Yes. Be careful. We'll see you as soon as we can, okay? Thanks for helping us. Both of you. Oh, we love you. No, hurry up. Dana. Wait for me when I go. Okay. Thank you. Okay. 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 Move your ass, bro. Oh my god. This way. Wait, uh, camera fell off? Oh my god. Oh my god. That's my father. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Man, Chris must be so mad at me. I could tell he was pissed when he saw I had the power. Dude, I told you to let him know. You never listen. You're always telling me what to do. And you do whatever you want. So I thought... Yeah, it's so fun for me. I'm just trying to protect us, okay? I know. Sorry. Sean. I'm tired of running away. Why does my power always bring trouble? You don't have to use your power. If you don't want to. But I'm good with it. And I'm the only one who can do these things. I know, but... Daniel... You need to be careful. And listen to your brother. You think we'll see Grandma and Grandpa again? I don't know. We'll see. Where are we going to go now? See? See, Mom? No way, man. We don't need her, okay? But... She said she wanted to find us. We stick to the plan. We go to Puerto Lobos. That's where we belong. No one will tell us what to do. We can be whoever we want. You think? I don't know. Trust me, man. From now on... We make our own rules. Look. I even got you a present. Merry Christmas, Enano. For real? But... It's in two weeks. Who cares? Dates are boring. Here. Gee. A yo-yo? Awesome. Early Christmas is the best. Hey. I got something for you two. I wanted to finish it, but... We're doing it now, so... Oh, man. That's so cool. Hey. Listen. There's a right. Come on. All aboard. Oh, God. There's a lot of crankets. Der ist aber echt schnell. Bring da mal drauf. Wie zur Hölle. Ja, jetzt wirkt er aber etwas langsamer. Oh Mann, ey. Was für eine Folge. Das Großeltern. Und die Episode ist mal wieder vorbei. Ich bin gespannt. So, Analyse. Vernünftig geworfen. Auf Trüffel. Krass. Ein Prozent, Leute. Oh Mann. Sechs Prozent. Krass. So viele Christen. Fifty, Fifty. Das ist ja mega krass, dass die Leute da genau Hälfte Hälfte sind. Gut geholfen. Danke. Ich habe wieder Vertrauen in die Menschheit. Super. Nicht eingeloggt. Okay. Sehr gut. Nicht angerufen. Sehr gut. Warte, was stand da unten? Ehrlich zur Mutter. Boah. Gut, dass wir das alles nicht gemacht haben. Wer weiß, was da passiert wäre. Vertrauen gewonnen. Nicht gewonnen. Boah. Ich gehöre zu den auserwählten 18 Prozent. Krass. Geil. Das mit der Wahrheit, das haben auch nicht sehr viele gesagt. Das ist halt die Angst vor genau dem, was eigentlich jetzt passiert ist. Also von daher. Nicht bis zum Schluss angehört. Oh. Ich hätte was zeichnen können für Chris. Oh mies. Oh nein. Oh nein. Das hätte ich so gerne gemacht. Gerade weil seine Mutter ja eigentlich auch da voll der Fan war. Hätte der sich so gefreut. Aber ich glaube, das Gekaufte wäre schlecht gewesen. Jetzt hat er sich echt gefreut. Mehrere Geschenke. Mann, ich will zum Weihnachtsmarkt zurück. Oh. Ein ehrliches Gespräch. 10 Prozent. Boah, krass. So wenig Menschen haben sich wirklich getraut, das zu machen. 90 Prozent waren unehrlich. Aber man hatte auch echt Angst. Ich habe mich wirklich unwohl gefühlt mit ihm. Darüber zu sprechen. Krass. 82 Prozent haben dann gesagt. Los. Nutze die Kraft. Nicht angefangen. Oh. Oh. Also erstens. Ich bin so froh, dass Chris nicht verletzt wurde. Zweitens. Ihr wurdet nicht verfolgt und Chris hat euch geholfen. Ich hätte so gerne gewusst, was ich hätte tun müssen, um das zu bekommen. Weiterhin geflucht. Ohne Schummeln. Ach nee. Der hat nicht geschummelt. Oh. Krass. Krass. Daniel hat es abgelehnt zu beten. Wahrscheinlich, wenn ich damals bei der Beerdigung gesagt hätte, dass Maschum nicht im Himmel ist. Nicht aufgeräumt. Aha. Oh. Jetzt. Was hätte ich denn machen müssen, damit er einfach das tut, was ich will und dass er ihm die Wahrheit gesagt hätte? Hm. Hätte auch gern zu 18 Prozent gehört. Aber insgesamt wurde er ermutigt, ja. Gerettet. Oh. Das ist wichtig. Hat sich gefreut. Okay. Ja, dann. Schauen wir mal in der nächsten Folge, wie es dann mit der dritten Episode weitergeht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. So, this is it? Yeah. It looks like a nettle field. And it stinks. Yeah. And your stinky feet will cover the smell. Shut up. They don't. Come on. I'll show you around.